moin moin liebe sportsfreunde herzlich willkommen zurück zu borderlands 3 wir haben in der letzten folge uns ja den weg gebahnt zur kathedrale der zwillingsgötter erinnert mich ein bisschen an mad max so ein bisschen aber ich glaube die haben sich für borderlands 3 ziemlich hart daran orientiert oh oh kronade und weg war 2 dixie klos hier oben aber bei mir nur ein blaues zweck grüner oh oh badass hexe ich kümmer mich mal um die von hinten wow was auch immer das war ich habe einen schönen flug hingelegt wenn du meinst seine meinung ne und bist du gerade abgegangen ja hier ist noch irgendwas versteckt oder hier kriegst du ein bisschen iridium aber nö unterkünfte oh komm her rote kiste auf dem weg und klepp hier vorne wo ist ab dort drei blaue pistolen eine grüne grün grün lila wo wieso ich finde ich schon wieder eine flat of pistole die code heißt keine ahnung wann ich hab's wirklich mit den waffen die so einen namen tragen vielleicht vielleicht will das spiel dir von nur sagen dass du kacke bist ich bin gerade kackeformer bist du nicht ich glaube wir haben die kalypsus irgendwas falsch verstanden gut ich würde sagen weiter geht's ja und es ist dir scheiß egal kommen wir hoch hier hat so ein toter kratten in breakdancing gelegt jetzt ouch vorsicht äh nö tue die blut ja ja ha 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 aber vorsicht nix ich kann sterben nein du bist ein freak ja das bin ich da einfach da ist dahin ich sehe eine weiße kiste nichts gutes ich drücke ihn immer die waffe ins gesicht ich bräuchte hilfe neue stärke ich habe dennoch erwischt transzendiere dich auch gleich das land wird nicht peri fair so habt ihr irgendwas was von bedeutung sein könnte alles klar das kann hier alles weg munition ist alles voll das war in der munition wunderbar nicht schon wieder gesalbt ich mag meine lady stark nee ich lasse mich an mir schnuppern was ist denn da hin man jetzt kommt da noch ein bades hinter ja die schotter war nicht nur abgeladen ich liebe mein grad Oh oh! was hast du gut erkannt ja die sind jetzt beide betört so ein mist doch nicht mehr da nicht ja noch ein fahrer geht es nicht immer dort wo ich bin feuer spawnen tut es das lila lila und das ist aber etwas was ich schon kenne es gehen oder waffen schmuckstück auf der mini match dort hinten ergeblich jemand sein irgendwas sollen wir hier zerstören sollte hier einer sein hat er sich durch die textur gepackt das kann ich dir verraten wo das ist auch da oben ja eine getausche höhe okay auf dem weg obwohl wie komme ich da oben hoch frisch abgenabelt nehmen nicht bei mir eine hand frisst die andere aber meine antwort sieht aber die 10 ausbeißen werde irgendwie kommt ich da nicht hoch soll ich dir mal sagen was es gibt da einen trick beziehungsweise ein glitsch könnte man sagen wenn du den fotos modus nutzt dort hoch gehst mit der kamera den modus verlässt du schnell e drückst kannst du aktivierbar objekte auch nutzen ist wirklich unfair sage ich mal gewisse stelle ich muss noch mal hoch ich habe nämlich was falsch gemacht irgendwo muss doch hier eine leiter gewesen sein komm ich nicht hoch doch musste aber wie wärst du wenn du mal hinten rum gehst war das ein leiter ne da ist keine leider hier ist einfach eine rampel zugang die leider ist dann drin jetzt hast du dir auch noch in die hose gemak ja 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 machen wir gleich wir haben hier nämlich doch mit genannten boss könnte sein dass da eine gute waffe du habt ich glaube hier kriegst du wie sagt man so schön lieber kiefer brechen als selbst dran zu glauben ich habe nur ich habe einen kopf gekriegt aber wir haben noch ein bisschen iridium und eine truhe und eine truhe und hier ist eine rote kiste sauber gutes artefakt für mich rutschen verursacht zusätzlich strahlungs schaden unterzeit beim aufbrach eine giftige pfitze nehme ich ja weil ich ansonsten kein gutes hat was aber hier rutschen leidet bogenfirmige schockstrahlen auf feinde dann näher ab weil das mit dem strahlungs schaden kennt ja schon von dir das mit dem strahlungs schaden kommt sie klar ja weiter geht's Mein Metallarsch kratzt am Boden, es gibt Funkenflug. Boah, die große Kampagne. Ja. Ich muss aber noch einen Skillpunkt vergeben. Okay. Aber der ist schnell. Vergeben, dorthin, okay. So. Hier ist nichts los, das macht mir Sorgen. Warum ist hier niemand? Gute Frage. Da haben wir dabei. Mal kurz mal Waffen gucken. Ja, besser ist das. Oh, ich habe doch was bekommen. Das war nichts Legitärs, das war was Blaues. Da habe ich mich vertan. Das brauche ich nicht. Die könnte im Kampf helfen. Oho, ho, ho. Ho, ho, ho. Oho, ho. Oho, ho. das ist nur zwei schlade auf schrott flinne und es soll das waren 80 schuss vier schuss mit einem mal abdrücken wir können ja schon mal vorgehen gleich doch bei den automaten findet man nichts gutes mehr deshalb verkauft er nur noch alles und gut ist aber okay gut das system habe ich freigeschalten das mit den rechtern das ist standardmäßig deaktiviert gewesen seit dem letzten update bei mir ist es noch aktiviert kannst du ja wie gesagt das kriegst du das spiel zum ersten mal komplett durchgespielt hast okay aber das muss jetzt nicht in die episode rein so dann hoffe ich hat euch die folge gefallen wir hatten ja wieder einiges an action und beute ich habe eine ganz heiße mietze im visio okay lasst einen lager bekommen da wird mich drüber freundschaft bei einer mal vorbei macht's gut ciao